Auch wenn es nichts mit Garten, Kochen oder Backen zu tun hat, lade ich an jeden Adventssonntag und Heiligabend ein Video hoch, wo ich ein Märchen vorlese oder eine kurze Geschichte und ein Gedicht. Für alle, die alleine sind oder die sich gerne einmal etwas vorlesen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Märchen, was ich heute vorlese, ist ein Wunsch meiner Frau und ich erfülle ihr den Wunsch natürlich gerne. Aber ihr könnt natürlich auch Spaß dran haben und gerne zuhören. Das heutige Märchen ist Dornröschen in einer Fassung der Gebrüder Grimm. Vor langer Zeit lebten ein König und eine Königin. Die sprachen jeden Tag, ach wenn wir doch ein Kind hätten und kriegten immer keins. Da trug es sich zu, dass die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach. Dein Wunsch wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah. Und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König und die Königin vor Freude ein großes Fest veranstaltet. Sie luden nicht bloß ihre Freunde, Verwandten und Bekannten ein, sondern auch die weißen Frauen dazu, damit sie den Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer Dreizehnen ihren Reich. Weil sie aber nur zwölf goldene Teller hatten, von welchen sie essen sollten, musste eine zu Hause bleiben. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert. Und als es zu Ende war, beschenkten die weißen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als die Elfte ihre Sprüche eben getan hatte, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemanden zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme. Die Königstochter soll sich in ihrem achtzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, drehte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben konnte, sondern nur mildern, sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein Kind liebte und vor dem Unglück gern bewahren wollte, erließ den Befehl, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden. An den Mädchen aber wurden alle Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt. Denn es war so schön, sitzsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, der es ansah, liebhaben musste. Es geschah, dass es an den Tagen, wo es gerade 18 Jahre alt war, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es allerorts herum, besaß Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an den alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es den Schlüssel umdrehte, sprang die Tür auf und da saßen einen kleinen Stübchen eine alte Frau und spann mit ihrer Spindel emsig Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, was da so lustig herumspringt?«, sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung. Und sie stach sich damit in den Finger. In den Augenblick aber, wo sie sich stach, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen. Und der ganze Hof starb mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, war still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas falsch gemacht hatte, eine Ohrfeige geben wollte, ließ ihn los und schlief ein. Und auch der Wind regte sich nicht mehr. Und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blatt mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde. Und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs. Dass gar nichts mehr von dem Schloss zu sehen ward. Selbst die Fahne auf den Turmen nicht. Nach vielen, vielen Jahren, als das Schloss hinter der Hecke nicht mehr zu sehen ward, ging die Sage durch das Land von den schönen schlafenden Dornröschen. So, dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen, um durch die Hecke durchzudringen und in das Schloss zu gelangen. Es war ihnen aber nicht möglich. Denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten sie fest und die Königssöhne blieben darin stecken. Konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach vielen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte. Es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchen eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe. Und mit ihr der König und die Königin und der ganze Hofstab. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen waren und versucht hätten, durch die Dornenhecke durchzudringen. Aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« Der gute Alte mochte ihn abraten, wie er wollte. Er mochte nicht auf seine Worte hören. Nun waren aber gerade an diesen Tagen die einhundert Jahre verflossen. Und der Tag war gekommen, an dem Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und hinter ihnen taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Schloss kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken. Und die Magd saß vor den schwarzen Huhn. Das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstab liegen und schlafen. Und oben auf den Drohnen lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass er seinen Atem hörte. Und endlich kam er zu den Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Donröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bügte sich und gab ihr einen Kuss. Und als seine Lippen die Ehren berührte, schlug Donröschen die Augen auf und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab. Und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstab und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich. Die Jagdhunde sprangen und wedelten. Die Tauben auf den Dach zogen das Köpfchen unter dem Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld. Die Fliegen an der Wand krochen weiter, das Feuer im Herd erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab den Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie. Und die Magd rufte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit den Donröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Freude machen und etwas Spaß in die Weihnachtszeit bringen. Meine Familie und ich wünschen euch bleibt gesund, habt eine schöne Weihnacht und kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch ein Merry Christmas, wir wünschen euch ein Merry Christmas, wir wünschen euch ein Merry Christmas und ein Happy New Year. Die Tidings we bring to you and your kid. Wir wünschen euch ein Merry Christmas und ein Happy New Year. Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017